5, 4, 3, 2, 1, los! Im Frühling haben Sie immer ein Problem mit der Software. Im Frühling haben Sie immer ein Problem mit der Software. Ich habe eine entwickelt für den Frühling. Da ist immer Frühling. Das sieht man auch auf dieser Windows-Maske. Alles grün. Sehr schön, aber Sie haben ein Problem damit. Nein. Doch. Wegen der Probleme haben, mein Mann, und ich sie nicht eigentlich. Genau. Sondern wegen des versprochenen Frühlings. Antje, ich war im Baumarkt. Nee. Doch. Hast du dich getraut? Ja. Und? Es war total aufregend. Und ich habe ungefähr 20 verschiedene Blumzwiebelsorten geholt. Nee. Und die? Mama. Du warst schön. Papa hat das Baumhaus viel besser hinbekommen als du. Jawohl, habe ich. Ich wollte doch jetzt irgendwie mit meinen Freunden spielen im Bauhaus. Aber das ist doch schön. Das ist rota. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ich bin doch ein Junge. Mama, 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 Mama. Weißt du, du wohnst ab jetzt bei mir. Ja, das ist die Situation, ne? Auf dem Winter folgt der Frühling. Und da warten wir schon länger drauf. Was sagst du mir erst jetzt? Ich habe den ganzen Herbst und Winter darauf gewartet. Aber schön. Wirklich schön, dass es jetzt von dir kommt. Was hat sie gemerkt? Was macht ihr denn da? Ach, sie macht das selbe. Tut mir leid, ich habe nur eine Blume. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Meine Güte, dann pflückt doch da noch eine. Meine Güte, jetzt. Wer mag mich? Halt. Wie oft muss ich mich jetzt noch drehen? Ja, bis es anfängt zu regnen, dann halte ich ganz gerne diesen anderen Ton. Und, was haben Sie dazu? Für den Herbst ist das nicht schlecht, aber wir wollten Frühling. Ach, das ist aber doch so eintönig. Ich finde, das ist super. Das ist Mario World. Four Seasons. Es war am Tag gewechselnd, aber Sie haben jetzt überall auf der Welt gleiches Wetter gemacht. Dafür haben mein Mann und ich sie nicht eingestellt. Ich glaube, wir müssen da noch mal eine Auftragsklärung machen. Und? Hat er dich gesehen? Ich bin mir nicht so sicher. Hat er dir denn einen Sonderpreis gemacht für die 20 Zwiebel? Ich bin schwer dafür, dass Stevie zu mir zieht. Nee, dann zieht er ins Baumhaus. Aber nicht mit Frohsane. Nicht mit Frohsane. Dann ziehst du in Blaus. Dann streicht der Papa das Blau und dann ziehst du in das Blau. Das kann ja auch nur der Papa. Ja, ich glaube, ich will mich zur Adoption freigehen. Das war die 00.01. Ja, das ist so sehr. Vielen Dank.